Herzlich willkommen hier aus dem Bildungszentrum zu einer weiteren spannenden Aufzeichnung mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen. Heute zu Gast Franz Franitzki und ich freue mich sehr, dass aktuelle Lehrgänge heute hier sein können und mit ihm gemeinsam diskutieren können, wie hat Politik einmal funktioniert, auf was müssen wir achten und wie können wir Politik neu gestalten. Sei dabei, es ist eine sehr, sehr interessante und sehr kurzweilige Diskursgruppe. Im Bildungszentrum freue ich mich sehr, dass Franz Franitzki, Bundeskanzler, hier heute im Bildungszentrum ist. Ich muss persönlich sagen, für mich eine große Freude, weil du bist für mich jener Bundeskanzler, den ich als Ersten mitbekommen habe. Also mein Vater hat mich jeden Tag vor die Zeit im Bild gesetzt und das war das Jahr 1986, insofern ein turbulentes Jahr, weil ich habe damals Tschernobyl mitbekommen und ich habe mitbekommen, dass du Bundeskanzler wurdest. Das hat meine ganze Schulzeit geprägt, dass wir in der damaligen Phase miterlebt haben, dass sich sehr viel verändert hat. Also der ganze Beitritt zur Europäischen Union hat meine Unterstufe geprägt und du bist maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir es geschafft haben, in die Europäische Union zu kommen. Ich habe von dir schon oft hören dürfen, dass es in der Partei, die gar nicht so leicht war, unsere Genossen und Genossinnen wirklich so zu überzeugen, dass die Europäische Union unsere Zukunft ist. Das ist dein Werk und dein Team hat das damals geschafft. Und ich wäre ohne dich und ohne deiner Generation nicht politisch sozialisiert worden. Dafür möchte ich mich bedanken und bedanke mich bei der Margareta Kopeinig, dass du heute dieses Gespräch führst, weil ich glaube der Titel ist schon eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Politik mit Haltung. Das ist etwas, was wir in der heutigen Zeit von vielen nicht mehr so erleben und deswegen sind solche Gespräche sehr wertvoll und ich bedanke mich, dass du dir heute Zeit nimmst und da bist und bedanke mich auch bei Gerhard Schmidt, weil die Bundesbildung und die Wiener Bildung und die Wiener Bildungsakademie immer wieder Projekte machen, wo wir einerseits uns auch die Zeit nehmen, nachzudenken, wo wir gerade einen Iststand haben und auch davon zu lernen, was man eventuell ändern könnte. Und das wäre ohne solchen Gesprächen nicht möglich und das ist die gute Zusammenarbeit, die wir hier leben. Vielen herzlichen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, ich kann die Worte des Markus Schoberner unterstreichen. Ich möchte mich bei der Wiener Bildung sehr herzlich bedanken, dass wir die ersten damit diese ganz ausgezeichnete Zusammenarbeit pflegen. Zweitens aber auch, dass heute dieses Gespräch hier zustande kommen kann und ich bedanke mich bei Bundeskanzler Franz Franitzki ganz, ganz herzlich, lieber Franz, dass du dir die Zeit genommen hast heute für dieses Gespräch mit einer der profiliertesten Journalistinnen unseres Landes, Margareta Kobainik. Ihr habt ja auch gemeinsam dieses Buch, das im Tschernin Verlag erschienen ist, gemacht und Franz Franitzki ist eine der ganz, ganz zentralen und prägenden Persönlichkeiten der österreichischen Geschichte. Er wird auch historisch wahrscheinlich immer der Bundeskanzler sein, wie der Markus das gesagt hat, der uns den Weg in die europäische Integration ermöglicht hat, das sicher kein leichter Weg war, aber da wird sie dann im Gespräch wahrscheinlich auch darauf zurückkommen. Und Franz Franitzki war ja nicht nur der österreichische Politiker, sondern er war auch eine der prägenden Persönlichkeiten der gesamten europäischen Politik und das haben wir insofern auch, wurde das auch zum Ausdruck gebracht, nachdem du auch den Karlspreis der Stadt Aachen wahrscheinlich die bedeutendste europäische Auszeichnung, die nur sehr, sehr wenige führende Staatsmänner und Frauen erhalten haben, dass du dieser Preis dir auch verliehen wurdest. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, freuen wir uns auf ein spannendes Gespräch über Fragen der europäischen Entwicklung. Wir stehen ja vor ganz, ganz, ganz großen Herausforderungen in Europa und über Europa hinaus natürlich in der ganzen Welt, wo es darum geht, wirklich ganz zentrale Problemstellungen anzupacken und ich glaube, es gibt niemanden, der hier profunder uns Auskunft geben kann als Franz Franitzki. Lieber Franz, herzlichen Dank und alles Gute für das Gespräch. Dankeschön, bin gern gekommen und bin ja schon früher auch da gewesen. Es waren immer sehr spannende und interessante Abende, die ich hier verbracht habe. Heute ist es zum ersten Mal ein Morgen, nicht ein Abend und die Morgenröte sollte uns beflügeln, dass wir da insbesondere im europäischen Zusammenhang ein prägendes Gespräch führen können. Danke. Lassen Sie mich auch ganz kurz beginnen und Sie begrüßen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Nach dem Krieg am Balkan am Beginn der 1990er Jahre tobt jetzt auf europäischem Boden wieder ein Krieg. Am 24. Februar 2022 haben russische Truppen die Ukraine überfallen. Seit diesem Zeitpunkt wird die Ukraine militärisch, finanziell und humanitär von Ländern der Europäischen Union, von Großbritannien und den Vereinigten Staaten unterstützt. Namhafte Experten gehen davon aus, dass der Krieg noch lange dauern wird. Für eine Analyse dieser Lage in Europa, aber auch zum Zustand der Europäischen Union im Allgemeinen und natürlich auch zu den Sorgen und Ängsten vieler Menschen, was steigende Energie- und Lebensmittelpreise angeht, haben wir heute einen Staatsmann, einen Weltbürger und einen großen Europäer zu einem Gespräch in die Sozialdemokratische Bildungsorganisation geladen. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Dr. Franitzki, den langjährigen österreichischen Bundeskanzler und auch Parteivorsitzenden zu diesem Gespräch. Herr Dr. Franitzki, herzlich willkommen. Vielen Dank. Lassen Sie mich gleich mit der ersten Frage beginnen. So wie wir alle hören Sie auch jeden Tag schreckliche Nachrichten aus der Ukraine vom Krieg. Welche Gedanken kommen Ihnen dabei? Ganz persönlich gesprochen, ich bin in einen Krieg hineingeboren worden. In den schrecklichsten Krieg, den wir im 20. Jahrhundert oder darüber hinausgehend erleiden mussten und habe als Kind, als Volksschulkind diesen Krieg erlebt und habe als Jugendlicher die Nachkriegszeit in Österreich erlebt und habe später wahrgenommen, dass es Menschen in Europa gab, insbesondere in Frankreich, in Belgien, später dann auch in Deutschland, die sich sehr früh Gedanken darüber gemacht haben, was alles zu tun wäre, um einen dritten Weltkrieg zu verhindern. Und man kann sich vorstellen wahrscheinlich, dass das für einen heranwachsenden Menschen wie ich, der Bombenangriffe und Verstörungen seiner Wohnumgebung erlebt hat und der sieben Jahre lang keinen Vater hatte, weil der im Krieg war, dass das natürlich ganz besonders erleuchtende und helle Momente waren, zum Wissen und wahrzunehmen, dass hier Anstrengungen unternommen werden, einen dritten Weltkrieg zu verhindern. Was hieß das? Das hieß aber in Wirklichkeit, dass diese Gründerväter des europäischen Weltkriegens bestrebt waren, die wesentlichen Gegner des Zweiten Weltkrieges miteinander zu versöhnen und die Grundlagen nicht mehr entstehen zu lassen, wie so ein Krieg überhaupt materiell möglich war. Was hieß das? Das hieß in erster Linie Deutschland und Frankreich in ein Boot zu bringen. Und die große Leistung, die wahrscheinlich gar nicht so sehr gewürdigt wird, war das, nämlich Frankreich und Deutschland in ein Boot zu bringen. Man muss ja auch daran denken, dass das nicht eine Angelegenheit des 20. Jahrhunderts war. Frankreich und Deutschland waren über Jahrhunderte in Kriege verwickelt. Nicht nur sie, aber die zwei halt am Kontinent. So, dann ist also dieser Friedensgedanke weiterentwickelt worden und schließlich über verschiedene Integrationsschritte zur europäischen Gemeinschaft gekommen. Zunächst einmal für Kohle und Stahl, um die wichtigsten Kriegsmaterialien unter Kontrolle zu kriegen. Später dann aber darüber hinausgehend. Und tatsächlich ist es ja gelungen, dass die ehemals kriegführenden Länder in Europa nicht mehr Krieg führen miteinander oder gegeneinander. Was wir heute erleben und was wir sehen, die Balkankriege erwähnt, das waren wahren kriegerische Auseinandersetzungen außerhalb dieser europäischen Integration. Und was wir jetzt erleben, Russland und Ukraine und alles was damit zu sagen, ist noch weiter weg von der europäischen Integration. Aber, das alles, diese fürchterlichen Sachen spielen sich in Europa ab. Das heißt, wir können nicht sagen, wir sind da in der Europäischen Union und wir haben Frieden, wir kämpfen nicht gegeneinander und das andere soll sein, wie es ist. Ja. Herr Dr. Warnitzki, Sie haben jetzt sehr schön die Entstehungsgeschichte, also der Europäischen Union skizziert, dieser Slogan, nie wieder und Europa ist ein Friedensprojekt. Damit sind wir aufgewachsen, also die Generation bis heute. Ist das ein falsches Versprechen, dass die Europäische Union ein Friedensprojekt ist, wenn man sich jetzt den Krieg in der Ukraine anschaut? Es ist kein falsches Versprechen. Ich wiederhole mich, weil der Frieden innerhalb der Europäischen Union existiert ja. Also dieses Versprechen ist gehalten worden und ich bin mit meinem ganzen inneren und äußeren Wesen davon überzeugt, dass dieses Versprechen auch halten wird. Wir haben nur in der Europäischen Integration, also in der Europäischen Union doch jetzt im Lauf der Jahre erleben müssen, dass es unter den Mitgliedstaaten und innerhalb der Union politische Diskrepanzen gibt, die man nicht übersehen darf. Und ich meine damit, dass insbesondere in der Einstellung zu diesem Friedensprojekt einige Defizite aufgetreten sind, als es manchen Staaten, Staatslenkern, schwerfällt, das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen. Oder wenn ich sage schwerfällt, meine ich, die wollen das auch gar nicht. Und eigene Wege zu gehen. Und diese eigenen Wege bedeuten etwa, dass diese Staaten, ich spreche von Polen, ich spreche von Ungarn. Es gibt auch noch die einen oder anderen Mitgliedsländer. Wir werden sehen, wie sich Italien unter der neuen rechtsradikalen Regierungschefin entwickelt, wo aber anstelle des Europäismus ein neuer Nationalismus entsteht. Und wir sehen das auch in den politischen Spektren, dass die politischen Parteien in diesen Ländern doch sehr deutlich nach rechts rücken. Wir haben das in Italien am Sonntag erlebt, aber wir haben das schon länger in Ungarn und Polen erlebt. Aber es gibt ja auch in anderen Staaten, etwa in Deutschland, und wir sollen gar nicht übersehen, dass es auch in Österreich solche Strömungen gibt, die nicht stark sind. Aber die man insofern ernst nehmen muss, weil, das ist meistens am rechten Rand des politischen Spektrums angesiedelt, und weil diese Rechtspopulisten in erster Linie sich auf die Vergangenheit beziehen. Also, wenn es da heißt, holen wir unser Österreich zurück, dann muss man sich ja fragen, was geht in den Köpfen dieser Menschen vor, woher denn zurück? Und warum zurück? Warum denken wir nicht nach vorn? Wir müssen uns um die Alten kümmern in unseren Gesellschaften, aber wir müssen der Jugend auch ein Bild anbieten, dass die Jugend annimmt und dass sie mit uns Älteren und Alten gehen muss und gehen kann und gehen soll. Und das ist sehr ernst zu nehmen und das stört schon diesen Zusammenhalt in der Europäischen Union. Vielleicht kommen wir noch darauf zu sprechen, weil nämlich es ja auch um die Entscheidungsfähigkeit, um die Entscheidungskraft der Europäischen Union geht. Herr Dr. Warnitzki, wir werden noch über die neuesten Herausforderungen und Entwicklungen in der Europäischen Union, wie den stärker werdenden Nationalismus und Populismus und vor allem auch den Rechtsrock, den politischen, sprechen. Lassen Sie mich noch ganz kurz bei der Ukraine und beim Krieg bleiben. Ohne Zweifel, und darüber sind sich alle einig, ist das ein Völkerrechtsbruch und Putin ist der Aggressor. Sie waren als österreichischer Regierungschef in Moskau, Sie kennen die Akteure, auch die aktuellen Akteure sehr gut. Wie schätzen Sie ein, wird es jetzt weitergehen? Wagen Sie eine Prognose? Was bedeutet aber auch jetzt ganz aktuell diese Teilmobilisierung der Reservisten in Russland? Und es zeigt sich auch jetzt innerer Widerstand gegenüber Putin. Was ist da Ihre Analyse? Mehrere Anmerkungen dazu. Man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass Putin einmal sagte, die Zerstörung der Sowjetunion war der größte historische Fehler des 20. Jahrhunderts. Das bedeutet aber, wenn ich als Putin diese Zerstörung bedauere, dass ich darüber nachdenke, wie ich die Zerstörung in irgendeiner Weise wiedergutmache. Das ist einmal seine, scheint das zu sein, seine Politik, dieses Russland zu stärken, dieses Russland als große Idee, große Idee, völkerrechtliche Idee und kulturelle Idee unantastbar zu machen, im Inneren und Äußeren, erstens. Zweitens, wahrscheinlich oder ganz sicher ärgert ihn auch, dass die NATO an seine Grenzen anstößt jetzt. Und drittens aber, ist in seiner, sozusagen, beheben wir die Zerstörung, die Ukraine an erster Stelle, an prominenter Stelle. Ich habe viel darüber gelesen, und das ist ja allgemein bekannt, dass er, dass Putin die Ukraine als einen Teil Russlands selbstverständlich ansieht, dass er in der Geschichte zurückgeht und sagt, Russland ist in Wirklichkeit in Kiew, sozusagen, begründet worden und außerdem hätten sich nach seiner Ansicht die Ukrainer in eine politische, in eine Richtung entwickelt, die gegen die große Idee des russischen Volkes ist, also Nationalsozialisten in der Ukraine und daher muss man sie befreien, etc. Also er ist hier ganz offensichtlich fest entschlossen, die Ukraine zurückzuholen, sagen wir es einmal so. Daher hat er am 24. Februar, also mit der Aggression begonnen. Wie wir in der Zwischenzeit wissen, ist ihm das militärisch offenbar nicht gelungen, sondern seine Ziele so durchzusetzen, dass er nicht jetzt wieder neue Rekrutierungsmaßnahmen ergreift, aber wahrscheinlich ergreifen muss. Und das ist diese Teilmobilisierung, die ja in Russland auch problematisch offenbar ist. Denken wir an die vielen jungen Männer, die ins Ausland wollen. Und daher haben sie recht, wenn sie vorher gesagt haben, dass maßgebliche Beobachter meinen, dieser Krieg wird noch länger dauern. Und da hilft auch nichts, dass er da diese Referenten veranstaltet hat. Das ist eher eine fragliche Angelegenheit. Und wir kommen natürlich jetzt zum Verhalten des Westens, dem wir angehören. Und dieses Verhalten besteht in erster Linie einmal in ziemlich straffen handelspolitischen und finanzpolitischen Sanktionen. Und hier stoßen wir schon an eine große Herausforderung der Politik in unseren Ländern, in den Ländern der Europäischen Union, weil diese Sanktionen gedacht sind und geplant sind, die Aggression Putins einzuengen, zu stoppen. Wir wissen, das ist bisher nicht gelungen. Wir wissen auch und sind ja Zeitzeugen, dass diese Sanktionen nicht nur Russland treffen, sondern auch die sanktionierenden Staaten und Wirtschaften betreffen. Und auch das ist eine konkrete und sehr ernstzunehmende politische Herausforderung, weil ja die europäischen Politiker der eigenen Bevölkerung gegenüber verantworten müssen, dass diese Sanktionen gar nicht so unbedeutend auch zurückschlagen. Hier ist die Idee, dass es noch Zeit braucht und dass sich diese Sanktionen in der russischen Wirtschaft sicherlich im Winter und im kommenden Frühjahr stärker auswirken werden. Ich meine, zu glauben, dass mit den Sanktionen eine rasche Änderung in Russland eintreten wird, dass Putin sich unmittelbar in den nächsten paar Monaten oder so so beeindrucken lassen wird von den Sanktionen, sondern dass er die Aggression in der Ukraine rückgängig macht, das glaube ich nicht. Das wird nicht so bald eintreten. Der Rest ist wahrscheinlich in die Glaskugel zu schauen. Wir wissen nicht, wie der große Nachbar China sich auf Dauer verhalten wird. Und wir müssen natürlich auch realistisch sehen, dass das, was wir hier erleben, ja im Kern eine Auseinandersetzung Russland-USA ist. Und die USA liefern weiterhin Waffen und Kriegsgerät in die Ukraine. Also auch das ist ein Indiz dafür, dass der Krieg nicht sehr bald zu Ende gehen wird, sondern dass ihm weitergekämpft wird. Alles in allem haben wir keine sympathische Perspektive. Denn wir können nicht annähernd sagen, wie und wann das Ende dieser Aggression aussehen wird. Wir können auch nicht sagen, wie die Politik des Weißen Hauses weiter mit dieser Krise umgehen wird. Und wir können nicht sagen, Sie haben es erwähnt, wie die innere Verfasstheit in Russland aussieht. Es gibt gewisse Anzeichen, dass die Loyalität, die erzwungene Loyalität zu Putin bröckelt. Das ist ja gar keine Loyalität, sondern das sind zwangsweise herbeigeführte Stilverhalten. Andere wiederum haben zu kämpfen und zu erleiden die Polizeigewalt gegen die aufkommenden Demonstrationen. Also alles in allem eigentlich ein sehr, sehr bedenkliches Bild, das sich da vor unseren Augen abspielt. Und wir können und müssen für unsere eigene Politik die Schlussfolgerungen ziehen. Also das heißt, gegen diese doch sehr wahnsinnigen Energiepreissprünge uns einzustellen, auf das werden wir vielleicht noch kommen, das ist noch nicht wirklich gut gelungen. Aber wir müssen die Bemühungen fortsetzen. Herr Dr. Warnitzki, also Sie haben jetzt auch angesprochen, so quasi eine globale Zeitenwende, die dieser Krieg also ausgelöst hat. Also der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat eben am Beginn des Krieges gesagt, in einer großen Rede im Deutschen Bundestag, Ja, wir erleben jetzt eine europäische Zeitenwende. Erstaunlicherweise waren die Mitgliedsländer also sehr schnell bereit, gemeinsam Sanktionen also durchzusetzen. Jetzt wird das achte Sanktionspaket verhandelt. Was ist Ihr Eindruck über das europäische Führungspersonal, das politische Führungspersonal in Kommission, Rat und auch im Europäischen Parlament, was eine europäische Politik wirklich angeht? Sie haben es erwähnt, sehr oft sind die Mitgliedsländer wirklich unterschiedlicher Meinung. Es kommt schwer ein Beschluss zustande und noch dazu gibt es die Veto-Möglichkeit bei vielen Fragen. Welches Bild geben jetzt diese europäischen Politiker an der Spitze ab? Ich bin überzeugt davon, dass eine wirklich ganz große Aufgabe, politische Aufgabe darin besteht, in den Mitgliedsländern immer wieder und immer mehr dieses europäische Integrationsgeschehen klarzustellen. Ich befürchte, wir haben trotz vieler Jahre Europäische Union noch immer Defizite, die eigene Bevölkerung in den Mitgliedsländern, ich schließe Österreich ein, mitzunehmen in diese europäische Idee durch Erklären, durch Überzeugen, aber natürlich auch durch das Bestreben, dass die Regierungen, die Regierungschefs innerhalb der Europäischen Union natürlich schon an einem Strang ziehen und zwar in die gleiche Richtung an einem Strang ziehen. Wenn das geschehe, es ist leider nicht in idealer Weise vorhanden, wir haben schon vorher darüber gesprochen, dass manche also da lieber eigene Wege gehen. Aber das muss eigentlich hergehen. Wir sind eigentlich, würde ich sagen, gezwungen dazu, die Regierungsleute sind gezwungen dazu, diese Gemeinsamkeit herzustellen und dann zu kommunizieren. Das führt aber dazu, Sie haben die Kommission erwähnt, dass es nicht sein darf, dass die Regierungschef das eine und die Kommission das andere tun, sondern das muss auch eine in sich abgestimmte Vorgangsweise sein. Und das Europäische Parlament, welches ja auch in weiten Kreisen der Bevölkerung unbekannt ist, das Europäische Parlament natürlich auch zu Wort kommen zu lassen, um die Maßnahmen und um die Einstellungen zu unterstützen. Die Parlamentarier sind gewählt. Und ich befürchte selbst, in Österreich ist noch nicht weitgehend bekannt, dass wir in Österreich Parlamentarier in diesem Europäischen Parlament haben, die ganz besonders viel wissen über die Europäische Union. Die Leute sind kenntnisreich. Die Leute sind politisch motiviert. Die Sozialdemokraten zum Beispiel, also der Andreas Schieder, die Evelyn Regner und andere, das sind absolute Europa-Experten. Nur ist dieses Wissen und diese Kraft, europäisch zu denken und europäische Politik zu vermitteln, ist zu wenig da. Also das heißt eine wirklich gemeinsame Anstrengung. Und wir sind ja immer wieder konfrontiert mit Reformgedanken der Europäischen Union. Und ich meine, ein ganz wichtiger Schritt muss natürlich sein, dass immer die Präsidentschaft oder auch in den größeren Staaten, dass die Führungsarbeit übernehmen. Also in meiner Regierungszeit haben die Deutschen und die Franzosen schon Führungsarbeit übernommen. Also zum Beispiel Helmut Schmidt und Giscard d'Estaun, das war eine Achse, auf die man sich verlassen konnte. Helmut Kohl und François Mitterrand war eine Achse, auf die man sich verlassen konnte. Und die haben Stabilität dokumentiert und Stabilität hergestellt. Also man kann nicht alles, was einmal war, eins zu eins wiederholen. Aber man kann jedenfalls daraus lernen, dass, und da komme ich wieder zu einer anderen Angelegenheit, die mich sehr stört, nämlich, dass die Europäische Union einen großen Fonds zusammengestellt hat, aus dem Gelder in die einzelnen Mitgliedsländer fließen, um zum Beispiel die Covid-19-Schäden zu beheben, die Strompreis- und Gaspreisentwicklung in den Griff zu bekommen. Und da gibt es dann Länder, die sich da an bestimmte Gemeinsamkeiten nicht halten, aber ohne weiteres das Geld aus diesem Fonds nehmen. Also man muss schon auch, bitteschön, in aller Deutlichkeit sagen, die Europäische Union ist keine Geldverteilungsmaschine, wo man einfach sich an die Regeln nicht hält, aber die Hand auffällt und so. Die Milliarden, die da geht ab Kranze, die nehmen wir schon. Also hier ist sehr viel zu tun, sehr viel politische Arbeit zu leisten. Und das muss auch geschehen, weil wenn das nicht geschieht, ich will mir das gar nicht vorstellen, dann kommt zusätzlich zu der Krise Russland-Ukraine, die Europäische Union in eine Art interne Krise. Und das würde sie elementar schwächen. Das war jetzt wirklich ein sehr starker Appell von Ihnen, mehr über die Europäische Union zu informieren, auf Ebene, auf allen Ebenen eigentlich der Politik. Nun ist es aber leider so, dass die Stimme der Sozialdemokratie in Europa auch nicht besonders laut ist. Warum ist das so, Herr Dr. Wranitzki? Und was erwarten Sie sich von einer starken europäischen Sozialdemokratie? Sie haben François Mitterrand erwähnt, also ein deklarierter Sozialist. Also es hat Jahre gegeben, wo Sozialdemokraten, wo die ganz große Mehrheit der Mitgliedsländer sozialdemokratisch regiert waren. Das ist heute nicht mehr so der Fall. Aber welche akzentuierte sozialdemokratische Politik auf europäischer Ebene wünschen Sie sich? Wir müssen einmal verstehen, dass dieses Europa ein kleiner Kontinent ist, der aber immerhin innerhalb der Union von 500 Millionen Menschen bewohnt wird. Diese 500 Millionen Menschen sind in Wirklichkeit ein großes intellektuelles und ökonomisches und kulturelles Potenzial. Es ist wichtig, das zu erkennen. Warum? Weil ansonsten, wenn wir das nicht erkennen, die großen politischen Maßnahmen, Russland, China, USA, vielleicht Brasilien und andere, über uns hinweggehen oder an uns vorbeigehen. Und wir müssen das auch aus einem anderen Grund erkennen. Europa ist roststoffarm. Wir sind abhängig von Öl, Gas, seltene Erden, verschiedene Metalle und so weiter. Wir müssen das alles kaufen und importieren. Wir haben das über die Jahre und Jahrzehnte geschafft, dieses Modell, dieses Wachstumsmodell, dieses Exportmodell Europa zu einem herzeigbaren und für uns Europabürger einen sehr angenehmen Lebensraum zu schaffen. Das ist ja auch der Grund, warum Menschen, die in anderen Ländern Probleme haben, alle nach Europa wollen. Sei es aus Hunger, sei es schädlicher Klimawandel, sei es fürchterliche politische Entwicklungen, Taliban etc. Die wollen alle nach Europa. Die sozialdemokratische Einstellung soll daher, muss, sage ich, eine positive zu diesem Integrationswerk sein. Und wir dürfen uns nicht deshalb, weil die Arbeitsmethoden und die Arbeitstechniken ganz andere geworden sind, trotzdem als Arbeiterbewegung verstehen. Es genügt nicht und es reicht, es hat auch gar keinen Sinn, sich auf die alten Methoden und Instrumente der Arbeiterbewegung zurück zu besinnen und sie heute noch anwenden zu wollen. Das geht nicht. Es ist der Arbeiter und der Angestellte, der in der Digitalisierung arbeitet, auch ein Arbeiter. Und er unterscheidet sich eben von dem Arbeiter, wie er zu Beginn des 20. Jahrhunderts oder im 20. Jahrhunderts in der Sozialdemokratie eine Heimat gefunden hat. Wir müssen daran arbeiten, dass als Arbeiterbewegung die Beschäftigten in unseren Ländern unsere Partei genauso als Heimat empfindet, wie der Arbeiter und die Arbeiterin vor 60, 70 Jahren. Das ist einmal das eine. Und das ist aber der Grund, die Grundlage für sozialdemokratisches Denken, auch europäisch und international. Sie fragen, warum ist der sozialdemokratische Stimme in Europa nicht so laut, wie sie sein sollte. Das ist keine einfach zu beantwortende Frage. Aber man kann sich schon vorstellen, dass aufgrund der innerpolitischen Schwierigkeiten, Rückschläge, Probleme, die Kraft und die Konzentration der sozialdemokratischen Parteien sich auf die inländischen, die heimischen Probleme so stark konzentriert hat, dass man das übergeordnete europäische sozialdemokratische Interesse nicht an erste Stelle stellt. Es kommt auch noch dazu, ich muss das in aller Offenheit sagen, dass in vielen europäischen Ländern die sozialdemokratischen Parteivorsitzenden oder Parteiführer diesen europäischen Gedanken ebenfalls nicht so in den Vordergrund stellen, dass wir alle wissen, dass es so ist. Die Antwort darauf kann ja nur sein, eine Besinnung auf die Notwendigkeit sozialdemokratischer Politik. Und ich sage nur ein Beispiel. Wir haben in vielen Ländern ein Aufgehen der sozialen Schere zwischen nicht reich oder sogar arm und sehr reich. Das heißt, wir sehen, dass in den einzelnen Ländern etwa in der Steuerpolitik, auch in Österreich ist das so, Bemühungen unternommen werden von den jeweiligen Regierungen, also da eine kleine Steuererleichterung, dort eine kleine Steuererleichterung zu machen oder soziale direkte Zuwendungen zu geben, soll so sein. Aber genau während der Zeit wachsen die großen Einkommen ins Immense. Und wir sehen das in Europa, wir sehen das in den USA, wir sehen das in Russland, die Oligarchenwesen. Und man muss sich vorstellen, dass das ja zu einer sozialen Balance nicht beitragen kann. Wenn ein österreichischer Fußballanhänger mit seinen zwei Buben auf ein Fußballmatch geht und gar nicht so wenig für die Eintrittskarten zahlen muss, dann schaut er zu, wie, sagen wir international, wie unglaublich reiche Leute sich Fußballvereine halten. Oder aber anders ausgedrückt, wie Milliardäre darüber nachdenken, wie sie private Fahrten zum Mond organisieren können und wie da 10 Milliarden, 15 Milliarden Euro oder Dollar keine Rolle spielen, aber jemand anderer mit je nachdem 1.000 Euro, vielleicht 1.500, vielleicht 2.000 Euro einen ganzen Monat auskommen muss. Also das ist, das ruft in Wirklichkeit nach sozialdemokratischer Initiative, sich dieser Themen mehr anzunehmen und auch die Konservativen zu stellen. Weil die Konservativen sind ja die Verantwortlichen für dieses Auseinanderklaffen der sozialen Schere. Und die Rechtspopulisten, die jetzt auch daherkommen, sind wie die konservativen Leute, die keine Antworten auf das Aufgehen der sozialen Schere haben. Und nur die soziale Balance in Wirklichkeit ist einer der wesentlichen Stabilisierungsmomente in unserer Politik. Die Sozialdemokratische Partei Europas wurde vor 30 Jahren gegründet. Ich war einer derer, die die Gründungsurkunde mit unterschrieben haben. Wir haben damals acht oder neun sozialdemokratisch geführte Regierungen in der Europäischen Union gehabt. Es war das eine Aufbruchstimmung. Es war eine positive Einstellung. Und wir haben innerhalb der Europäischen Union auch mit den Konservativen uns gematcht. Und die eine oder andere Auseinandersetzung hat dann zu positiven Elementen im Europavertrag geführt. Beschäftigungspolitik etc. Sie haben ja erreicht, Herr Dr. Wranicki, dass Beschäftigungspolitik und die soziale Dimension ein ganz wichtiger Bestandteil des Vertrages wurde. Ich habe gemeinsam mit Ferdinand Lazina und mit schwedischen Parteifreunden wirklich etliche Monate darum gekämpft, dass wir in den Europäischen Vertrag Beschäftigungspolitik verankert haben. Und die Konservativen haben uns damals gesagt, ihr wollt nur Defizite schreiben. Natürlich wollen wir nicht nur, wir wollen gar keine Defizite schreiben, sondern wir wollen eine Politik, die auch die arbeitende Bevölkerung und nicht nur die arbeitgebende Bevölkerung sicherstellt, dass in diesem europäischen Integrationswerk sie einen Stellenwert haben. und nicht irgendjemand, der halt auch da ist und mitläuft. Aber ich komme zurück, Sozialdemokratische Partei Europas, wir sind im Übrigen alle, die SPÖ-Mitglieder sind auch SPE-Mitglieder, sie braucht eine Stärkung und ich erkenne, dass in einigen Ländern, Österreich gehört dazu, die Parlamentarier oder andere Parteifreunde dabei sind und daran sind, ein neues Leben in diese SPÖ hineinzubringen. Ich höre auch, dass die sozialistische Internationale sozusagen auf neue Füsse gestellt werden soll und wird, was auch sehr notwendig ist. Und ich sehe in der heimischen Partei, in der österreichischen Sozialdemokratie auch sehr, sehr positive Überlegungen, die internationale Seite der Parteiarbeit wieder zu stärken und das ist sehr notwendig. Wir haben über etliche Jahre keine internationale Sekretariatsarbeit geleistet oder leisten können. Auch da gibt es Überlegungen, wie ich höre, das wieder zu stärken. Also, das ist positiv, das sind gute Nachrichten, das sind gute Perspektiven. Man muss nur dranbleiben. Um das geht's. Ich versuche jetzt so eine Brücke zu schlagen. Mangelnde soziale Dimension, die es zweifelsohne in der Europäischen Union gibt. Ich erinnere nur daran, dass die Kommissionspräsidentin von der Leyen in ihrer Rede an die Europäische Union Mitte September 2022 also die Sozialpolitik, die soziale Dimension Beschäftigung mit keinem einzigen Wort erwähnt hat. Sie haben gesprochen, dass die Schere auseinander geht zwischen Arm und Reich. Mittlerweile wissen wir aus Statistiken und von Experten, dass nicht nur die Unterschicht, sondern auch die untere Mittelschicht schon sehr stark von Herausforderungen, von steigenden Preisen und so weiter betroffen ist. Müsste man nicht in Bezug auf die Gefahr des Populismus, des Nationalismus, des Rechtsextremismus viel stärker darauf schauen, weil das kann ja auch die Demokratie gefährden. Menschen, die sich nicht mehr vertreten, verstanden fühlen, wissen wir auch aus der Geschichte, neigen dazu, eventuell Populisten, extremen, Politikern sozusagen auf den Leim zu gehen, die bestimmte Versprechen machen. Wir sehen das jetzt in Europa und wir sehen es eigentlich schon länger. Ich erwähne Polen, Viktor Orban in Ungarn, die Rechtsextremen in Schweden sind bei der Wahl kürzlich die zweitstärkste Partei geworden, Le Pen in Frankreich ist stark und wir haben jetzt einen Wahlsieg der Neofaschistin Giorgia Meloni in Italien und sie wird, und alle Anzeichen deuten darauf hin, eine rechte Regierung bilden. Ist das nicht eine große Gefahr, Herr Dr. Warnitzki, für den europäischen Zusammenhalt, aber auch für die Demokratie? Ich sehe zwei Punkte, die man in dem Zusammenhang erwähnen muss. Der eine Punkt besteht darin, dass, wie Sie richtig sagen, in den einzelnen Mitgliedsländern so etwas entsteht, wie wir wollen von Brüssel nicht bevormundet werden. Und das sind die Rechtspopulisten, die diese Melodie singen und spielen und das muss ein Alarmzeichen für die Europäische Union sein, weil noch einmal der Friedensgedanke, der Einigungsgedanke, der europäische Gedanke als etwas, das dieses Europa erhalten soll, dieser Gedanke wird in den Hintergrund gedrängt und die Bevormundung steht vorher, im Vordergrund. Also das entspricht den realen Gegebenheiten alles nicht. Aber in der Politik ist es eben so, wenn etwas immer wieder behauptet wird und von den anderen nicht wirklich widerlegt, sondern nur schwächlich kommentiert wird, dann setzt sich der Populismus durch. Und der Populismus, wie wir sehen in den meisten Ländern, geht an den rechten Rand. Und am rechten Rand, leider ist unser Nachbarland Ungarn hier immer wieder ein negatives Vorzeigeland, weil, Sie haben angesprochen, unter diesen Umständen, also gegen die Gemeinsamkeit, für den Nationalismus, nicht für die Demokratie, sondern für eine illiberale Annäherung an demokratische Themen, ist Ungarn maßgeblich. Und wie wirkt sich das aus? Es werden, die Höchstgerichte werden in ihrer Unabhängigkeit beschnitten, die Zentralbank sowieso, die Pressefreiheit wird in Frage gestellt, beziehungsweise bekämpft in Wirklichkeit und außer Kraft gesetzt. Also alles das sind ja Krankheitssymptome in einem demokratischen Gefüge. Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt aber ist natürlich, das muss man schon sagen, das ist wieder eine sozialdemokratische Aufgabe. Seit Jahren gilt die Europäische Union als konzernfreundlich. Ich erinnere an alle möglichen Angriffe und bei euch bestimmen die Konzerne und die Bosse und so weiter. Also das ist wirklich die sozialdemokratische Aufgabe schlechthin zu sagen, in dieser Europäischen Union muss das Arbeitnehmerinteresse einen Stellenwert haben. Weil, und jetzt drehe ich das Ganze einmal um, wer hat denn diese Wirtschaftsblüte diese verschiedenen Konjunkturwunder und diese Exportefolge etc. Wer hat denn die im Wesentlichen hergestellt? Natürlich haben die Unternehmungen in ihren Planungen, in ihren Konzepten das vorgegeben, aber wer hat das ausgefüllt, wer hat das durchgeführt? Wer hat die Stahlwerke betrieben, wer hat die Anlagebauten gemacht, wer hat die Hochspannungsleitungen verlegt etc. Wer hat die verschiedenen Dienste zu haben? Es waren immer unselbstständige Werbstätige und die unselbstständige Werbstätigen, ich wiederhole mich zum x-ten Mal, müssen in diesem Integrationswerk den ersten Stellenwert haben, denn etwas etwas Gassenkämpferisch, wenn man so will, sage ich, was machen denn die Bosse ohne die Arbeitskraft derer, die hier an erster Stelle des Wirtschaftswunders stehen. Also eigentlich muss man sich wundern und ich tue das auch, dass die verschiedenen sozialdemokratischen Parteien in den Mitgliedsländern diesen Aspekt so wenig erkennen und so wenig erkannt haben und meine Hoffnung und meine Forderung ist, dass sie das schleunigst wiederum in Angriff nehmen und verlorenes Terror zurückholen. Hier ist nämlich die Aufgabe des Zurückholts. Nicht holen wir uns unser Österreich zurück, sondern holen wir den Stellenwert der unselbstständigen Erwerbstätigen zurück im Bewusstsein derer, die, apropos von der Leyen, die die großen Reden halten, sondern auch im Bewusstsein unserer Bevölkerung dass die sagen, ja, selbst wenn das bei den Reden der Großen nicht vorkommt, bei uns kommt das vor und wir wissen es und wir wissen uns auch, wenn es notwendig ist, zur Wehr zu setzen. Also Sozialdemokratie heißt ja auch immer und in unserer ganzen Tradition ist ja in Wirklichkeit der Kampf und das Streben nach Neuem und nach Absicherung unserer Rechte, der Absicherung unserer Lebensverhältnisse, der Absicherung der Bestandteile unserer Systeme im Vordergrund gewesen und muss im Vordergrund bleiben und so gesehen bin ich sehr froh und freue mich wirklich darüber, dass es hier neue Akzente gibt in der europäischen Sozialdemokratie. Herr Dr. Wanitzki, Sie haben da jetzt ein wunderbares, schönes Schlusswort schon gesprochen. Also wenn ich noch einmal zusammenfassen darf, dann erwarten Sie sich mehr Diskussion, mehr Überzeugung, dass wir gemeinsam ein Europa bilden, dass Arbeitnehmer, die Beschäftigten maßgeblich an diesem Projekt mitwirken, durch ihre Arbeit teilhaben und dass die Erkenntnis sich stärker durchsetzen muss, dass wir nicht nur in einer Europäischen Union leben, sondern eigentlich in einem globalen Kontext unser Leben auch betrachten müssen, aber auch Wirtschaftsbeziehungen und so weiter und dass der Kampf zwischen Demokratie und Autokratie und illiberalen politischen Systemen und Gesellschaften eigentlich immer stärker wird und das die große Herausforderung ist. Würden Sie das dann auch so sehen? Ich sehe das genauso und und ich habe viel mit meinem Freund dem früheren verstorbenen schon deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt erörtert. Und der Helmut Schmidt war ganz sicher davon überzeugt und ich bin das auch, dass die Sozialdemokratie auch eine Außenpolitik und Sicherheitspolitik braucht und dass sie sich dazu bekennen muss und was heißt das? Das heißt zweierlei erstens dass es viele Bereiche in der Welt gibt wo Außenpolitik und Weltpolitik ein sozialdemokratisches Interesse hervorrufen muss. Das sind die Wanderungsbewegungen Das sind die verschiedenen autoritären Bewegungen in verschiedenen Staaten der Welt wo man ja nicht wirklich still sitzen kann wenn man täglich in der Zeitung liest oder im Fernsehen dass irgendwo Demonstranten niedergeschlagen werden dass manche umgebracht werden dass eine Frau aus Kopftuchzwecken einfach erschlagen wird also das alles kann ja nicht geschehen indem wir da sitzen und sagen das ist halt so das interessiert uns nicht also es gibt außenpolitische Herausforderungen die man nicht einfach Polizei und Militär überlassen kann sondern da muss man auch ideell und initiativ und aktiv Meinungen haben und dafür oder dagegen sein das ist der eine Punkt der zweite Punkt auch in Österreich gibt es die Harmonie bestreben oder Harmonie die Regierungen oder die Politiker die sollen arbeiten und nicht streiten natürlich natürlich sollen sie arbeiten wir sind dazu da um zu arbeiten aber es ist nicht so und soll auch nicht so sein dass wesentliche Meinungsunterschiede nicht ausgetragen werden denn der Staatsbürger soll ja wissen wenn wenn die eine Meinung gegen die andere Meinung abgewogen wird und man letztlich darüber diskutiert vielleicht auch streitet dass ja dann ein Ergebnis herauskommen soll dass man erkennen kann und dieses Ergebnis das ich erkennen kann heiße ich gut oder lehne es ab und danach richtet sich mein politisches Verhalten bei Wahlen oder wo immer und daher ist der Streit oder die Auseinandersetzung ein Salz in der Suppe der Demokratie eine Demokratie wo alle sagen ja bravo das ist in Ordnung und es ist gar nicht in Ordnung ist keine Demokratie und Helmut Schmidt hat gesagt eine Demokratie die nicht streitet ist keine das ist so lassen Sie mich zum Abschluss unseres Gesprächs Herr Dr. Warnitzki Sie noch bitten dass Sie zu bestimmten Begriffen eine ganz kurze Antwort geben ja so eine assoziative Antwort Neutralität Österreichs was wir sicherlich brauchen ist eine auch europäisch abgestimmte Mitarbeit an unserer Sicherheitspolitik Im europäischen Vertrag ist die gegenseitige Beistandsverpflichtung festgehalten wir sind Europäer wir sind Vertragspartner daher haben wir dieses Sicherheitskonzept mit den anderen gemeinsam zu entwickeln und zu tragen es gibt in Österreich Stimmen die sagen NATO-Beitritt Neutralitätsaufgabe Neutralität sichert uns nicht etc Neutralität ist das eine und Sicherheitspolitik das andere und wir müssen uns nicht verleiten lassen und ins Boxern jagen lassen dass wir als neutraler Staat nicht gemeinsame gegenseitige Sicherheitselemente mit unseren Partnern in der Europäischen Union entwickeln ohne dass die drei Säulen keine Teilnahme am Krieg keine ausländischen Truppen in unserem Land kein Beitritt zu einem Militärbündnis in Frage gestellt werden also das eine muss entwickelt werden das andere ist sicher ist ein Verfassungsgesetz an das wir uns halten der Schlüssel ist das Bundesheer daher ist die Bundesregierung gefordert die jetzt mehrere Milliarden in der Luft schweben lässt für das Bundesheer gefordert dieses Geld auch anzuwenden der Bevölkerung zu erklären wofür also nicht bloß Geld hin und sonst wissen wir nichts sondern welche Truppenteile oder welche andere militärischen Detailarbeit hier zu leisten und zu finanzieren ist der eine Punkt der zweite gemeinsame europäische Außensicherheits- und Verteidigungspolitik da haben wir schon ausführlich darüber gesprochen ich wiederhole mich dass die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik schon eine übergeordnete Angelegenheit ist es gibt ganz verschiedene Stellungnahmen und Meinungen dazu ich meine die Europäische Union ist gleich der Rat der Rat der Regierungschefs gemeinsam mit der Kommission ist gefordert hier den Europäern ein Modell zu entwickeln welches die Europäer annehmen verstehen und auch daran glauben da kommen wir ein bisschen zu einem anderen Thema auch nämlich die EU tritt oft an der Stelle und kommt nicht weiter wegen des Einstimmigkeitsprinzips das heißt wichtige Maßnahmen sind nur dann möglich wenn sämtliche Mitglieder zustimmen Einstimmigkeit das heißt aber im Umkehrschluss dass ein einziges Mitglied alles blockieren kann weil wenn Einstimmigkeit heißt Einstimmigkeit und wenn einer dagegen ist macht der ein Veto wo die anderen 26 selbst wenn sie wollen das nicht machen können Strom- und Gaspreisbremse und Rekordinflation Es beginnt einmal damit dass die Liberalisierung der Strommärkte dazu geführt haben dass es verschiedene Einzelentscheidungen gibt in den Ländern dass Extratouren gemacht werden und das haben wir jetzt unsere Situation hat das dieser Liberalisierung zu verdanken das heißt also die Staaten sind schon gefordert sich dieser verschiedenen Preisentwicklungen anzunehmen ich glaube sind die Vorschläge richtig die ansetzen bei einer Gaspreisdeckelung der Gaspreis der ja dann wesentlich ist auch für die Entwicklung der Strompreise also die Staaten sich dessen anzunehmen Ein kurzer Ein kurzer Blick auf Österreich Wir haben uns ja oder wir wenn ich sage wir die Politik entschlossen den erneuerbaren Energieformern Vorrang einzuräumen Das ist eine richtige Entscheidung Das ist eine Entscheidung die die fossilen Energieträger in den Hintergrund rückt aber auch hier muss das das kleine Österreich und das muss uns bewusst sein doch gemeinsam einen gemeinsamen Weg gehen Also wenn ich höre dass der kommende Tiroler Landeshauptmann sagt also die Stromkosten soll der Osten tragen dann ist der Osten genauso ein Teil der Republik Österreich wie der Westen Und wenn sich also jemand sträubt in der etwa in der Windenergie nicht mitmachen zu wollen dann muss anderes klargestellt werden Und da zitiere ich den Finanzminister Brunner der gesagt hat der möchte mehr Transparenz in den österreichischen Strommarkt bringen Wohlan tu es und schau dir an wie in der Transparenz die Preisentwicklungen und die Preis das Preisentstehen in den einzelnen Bundesländern vor sich geht und ob man hier neue Wege und neue Erkenntnisse gewinnt wenn man diese Transparenz herstellt Herr Dr. Wronitzki das ist wirklich eine notwendige Frage hier am Ort der der Bildungspolitik diese Frage zu stellen die Rolle von Bildung Ich kann wirklich hier nur den grundlegenden sozialdemokratischen Standpunkt wiederholen und verstärken wir sind angetreten immer wieder über alle Generationen die Bildung ins Zentrum unserer Anstrengungen zu stellen warum weil gebildete Menschen gebildete Kinder gebildete Jugend gebildete Erwachsene die politischen Zusammenhänge die Abhängigkeiten die Bedrohungen die Vorteile die Erkenntnisse für eine gute Zukunft besser dann erkennen wenn sie sich über die verschiedenen Gesellschaften Entwicklungen auch ein Bild machen können ein Urteil bilden können ein selbstständiges Urteil und ein selbstständiges Urteil kann sich hauptsächlich der bilden der mehr weiß als andere und mehr Wissen tut er indem er sich vom Kindergarten weg einer guten Bildung bedienen kann die ihm der Staat offerieren muss und daher ist die Bildungsaufgabe natürlich eine zentrale Aufgabe in einem demokratischen Gesellschaftswesen und wenn es hier innerpolitische Auseinandersetzungen gibt etwa über Schulformen oder über budgetäre Ausstattung von Schulen und Universitäten und der Forschung dann sind diese Auseinandersetzungen zu führen und hier ist die sozialdemokratische Note natürlich zu betonen und insbesondere auch aus dem Blickwinkel dass die Sozialdemokratie jetzt nicht in der Regierung ist und daher nicht selbst bestimmen kann aber als Opposition doch eine wichtige Position einnimmt im Parlament und auch auf anderen Ebenen also mit der Bildung Bildungsaufgabe sind wie immer gut gerüstet im politischen Diskurs Und was sagen Sie zur Rolle der Kultur in der Sozialdemokratie Wir sind immer dann gut gefahren ist vielleicht ein nicht ganz guter Ausdruck aber ich verwende ihn trotzdem aus der Erfahrung heraus Seien wir eine offene Partei in einer offenen Gesellschaft in der das Kulturschaffen das Kunstschaffen für uns eine eine ein Raum ist eine Ebene ein Lebensraum in dem wir Gedanken Gefühle Ausdrucksweisen anderer Menschen frei sich entwickeln lassen und uns daran erfreuen uns dieser Ideen dieser Gedanken zu stellen und uns selber ein Bild zu machen ist das etwas das uns anspricht oder uns nicht anspricht wenn wir diese Offenheit nicht herstellen dann verlieren wir einen sehr sehr großen humanitären Wert in dem wir mit Neuem oder mit Traditionellem aber jedenfalls mit Interessantem konfrontiert werden diese Konfrontation finde ich ist eine Bereicherung des Lebens jedes einzelne Bereicherung unserer Gesellschaft wenn wir das nicht ermöglichen wenn wir das nicht gutheißen fehlt uns diese Bereicherung und das ist schade Herr Dr. Warnitzki ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für dieses ausführliche und ich glaube für uns alle sehr bereichernde Gespräch danke vielen ich bin sehr gern gekommen danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit gerne bis zum nächsten bis zum nächsten